Mit gelungenen Lernvideos können Sachverhalte auf anschauliche Weise erklärt und visualisiert werden, Abläufe demonstriert und Themen eingeführt oder zusammengefasst werden. In diesem Video erfahren Sie, wie Lernvideos zielgruppengerecht geplant und mit einfacher Techniken selbst realisiert werden können. Viel Spaß beim Sammeln von neuen Erfahrungen! Bevor die Planung von Lernvideos erfolgen kann, müssen einige Grundfragen geklärt sein. Für welche Zielgruppe wird das Video geplant? In welches didaktische Design ist das Video eingebettet? Welche Lernergebnisse sollen mit dem Video erreicht werden? Zielgruppe, didaktisches Design und Lernergebnisse haben Auswirkungen auf die Machart, die Länge und die Wahl der gestalterischen Mittel. In Bezug auf die Zielgruppe sind folgende Überlegungen anzustellen. Wie alt sind die Lernenden? Wird selbstständig oder in der Gruppe gelernt? Im Rahmen einer Ausbildung oder on the job? Welche Vorkenntnisse sind bereits vorhanden? Dies sind einige Fragen zur Zielgruppe, die sich vor Beginn der Produktion von Lernvideos stellen und Auswirkungen auf deren Gestaltung haben. Um sich die Zielgruppe besser vorstellen zu können, kann die Beschreibung von sogenannten Personas nützlich sein. Eine Persona entspricht einem Prototyp für eine Gruppe von Menschen mit ausgeprägten Eigenschaften und einem konkreten Lernverhalten. Lernvideos stehen selten für sich alleine, sondern sie sind in ein didaktisches Design eingebettet. Bereits bei der Planung von Lernvideos soll deshalb berücksichtigt werden, wie diese mit anderen Lernmedien kombiniert und eingesetzt werden können. Begrüßt bei der Planung von Lernvideos solltet werden.